Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal oder herzlich willkommen, wenn du das erste Mal da bist. Ich bin jetzt seit über einem Jahr selbstständig und dachte mir, dieses Video ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um das vergangene Jahr meiner Selbstständigkeit mal Revue passieren zu lassen und mir anzuschauen, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und was gar nicht so schön war. Also ich habe dieses Video unterteilt in The Good, The Bad und The Ugly. Und ja, im besten Fall helfen so meine Learnings oder meine Erfahrungen dir bei deiner eigenen Selbstständigkeit. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich dir so eine gewisse Angst vor diesem ganzen Thema nehmen kann, wenn du einfach noch überlegst, ob du dich selbstständig machen willst. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich dich damit motivieren kann. Falls ihr noch nie hier wart, ich bin selbstständige SEO-Texterin und unterstütze Unternehmen bei ihrem Online-Auftritt, also mit Website-Tex, mit Blog-Artikeln, mit Texten für Social Media, Newsletter, also so ziemlich alles, was Content-Marketing zu bieten hat. Da unterstütze ich meine Kunden relativ erfolgreich damit. Ich bin jetzt eben seit dem 15. März 2021 selbstständig und ich würde sagen, wir fangen jetzt erst mal mit den guten Sachen meiner Selbstständigkeit an. Der erste Punkt ist, dass ich von Tag 1 Kunden hatte. Ich habe am Tag meiner Gründung, habe ich auf LinkedIn einen Post veröffentlicht, den kann ich euch gerne unten nochmal verlinken, wenn euch das interessiert. Das mega coole war, dass mich dann einfach Ex-Kollegen und Kolleginnen angeschrieben haben, also nicht so viele, ich glaube es waren nur zwei, und die mir dann einfach einen Auftrag vermittelt haben. Der erste Auftrag war jetzt im Vergleich eigentlich total klein, aber das hat mir damals einfach so einen mega Motivationsschub gegeben und ja, das war einfach Hammer. Und der zweite Auftrag, den ich bekommen habe, oder einer der ersten Kunden, die ich dann hatte, mit denen arbeite ich jetzt immer noch zusammen, also das ist so eine richtig langjährige Partnerschaft geworden, was mich einfach auch total freut, weil ich da einfach schon viel von denen gelernt habe, weil da sehr viel Wertschätzung entgegenkommt und weil man teilweise auch so ein Kollegen-Feeling hat. Also das ist für mich einfach total gut gelaufen und da bin ich einfach stolz, dass ich mir in meinem Berufsleben schon so ein gewisses Netzwerk aufgebaut habe und einfach aber auch dankbar dafür, dass sich da dann schon so die ersten Sachen ergeben haben. Infolgedessen habe ich dann in diesem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit tatsächlich schon, ich würde sagen, überraschend viel verdient oder einfach gut verdient, was mich auch einfach total gefreut hat. Und ich hatte bis jetzt in keinem Monat Geldsorgen. Also da kam einfach dieser Gründungszuschuss dazu, aber auch, dass ich wirklich jeden Monat einfach gute Geldeingänge hatte und ich hatte zwar so im August mal so ein bisschen Bedenken, dass so ein Sommerloch kommt, dass so ein paar Aufträge einfach auslaufen und ich dann erstmal nichts mehr zu tun habe, aber diese Bedenken waren auch total unbegründet, weil dann Anfang September gleich wieder ein riesiger Auftrag kam und da dann auch einfach wieder Geld geflossen ist natürlich. Und ja, ich bin froh, dass ich mir da am Anfang meiner Selbstständigkeit gar nicht so viele Sorgen gemacht habe, weil letztlich, ja, ist auch eh alles gut gegangen und ich hatte eigentlich in diesem ersten Jahr, hatte ich nie wirklich Geldsorgen. Eine weitere Sache, die mega gut gelaufen ist und ich würde sagen, das war vielleicht einfach so ein glücklicher Umstand oder ein Zufall oder einfach eine glückliche Fügung war, dass ich gleich am Anfang meiner Selbstständigkeit in ein Coaching investiert habe und für mich war dieses Coaching so wichtig, weil ich am Anfang noch gar nicht so richtig einen Plan hatte, was ich jetzt eigentlich machen will. Ich habe dann aber in diesem Coaching einfach gelernt, okay, worauf solltest du jetzt deinen Fokus setzen? Also was kannst du gut? Womit kannst du Geld verdienen? Und was macht dir auch Spaß? Und was ist eine Sache, was einfach nur Hobby bleiben darf? Und wo du nicht unbedingt Geld verdienen musst, sondern was du einfach machen kannst, weil es dir Spaß macht. Das war für mich am Anfang super, super wichtig und ich glaube, dass das für mich auch ganz maßgeblich dafür war, dass ich dann im Laufe meiner Selbstständigkeit oder im Laufe dieses ersten Jahres einfach immer meinen Fokus hatte. Ich habe mich immer auf das Wesentliche konzentriert und konnte damit eben halt auch meine Umsätze generieren, weil ich mich nicht so viel von anderen Sachen habe ablenken lassen. Was ich auch mega fand an der Selbstständigkeit oder was ich immer noch mega finde, ist einfach dieses gewisse Maß an Flexibilität. Das heißt, ich habe eigentlich so die meisten Tage trotzdem von morgens bis abends gearbeitet, aber in manchen Situationen war ich dann einfach mega dankbar um diese Freiheit. Also wir hatten zum Beispiel im Bekanntenkreis so eine Angelegenheit, wo es dann auch einfach gut war, dass ich nachmittags von vier bis sechs einfach mal den PC verlassen konnte und dann abends noch ein bisschen nacharbeiten konnte. Was ich in Bezug auf die Selbstständigkeit gar nicht so gedacht hätte, aber was ja natürlich klar ist, ist, wie viel Wissen man sich aneignet in ganz anderen Bereichen. Also so Thema Steuern, das hat mich eh so privat immer schon so interessiert. Also das macht mir schon Spaß, mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Aber auch das Thema Buchhaltung, da habe ich einfach jetzt in diesem Jahr auf guten und teilweise auch in schlechten Situationen total, total, total viel dazu gelernt, was ich mega finde. Also mich interessieren solche Themen und in meinem Job davor als Festangestellte, ich habe in der Kommunikation gearbeitet, hatte ich natürlich mit Buchhaltung und Steuern natürlich nicht so viel zu tun wie jetzt. Aber es ist einfach total cool, wenn man so eine One-Woman-Show ist oder One-Man-Show, dass man dann einfach so viel Unterschiedliches lernt. Und das finde ich auch total cool an der Selbstständigkeit. Und ich glaube auch, dass so dieses ganze Thema Buchhaltung, Steuern, was ich da noch so lerne und gelernt habe, dass mir das privat einfach auch total viel helfen kann. Was meiner Meinung nach auch richtig gut war im ersten Jahr, war, dass ich nicht gezögert habe, in mich zu investieren. Also das habe ich mir von Anfang an auch gesagt, dass ich in Fortbildungen investieren möchte, dass ich in gutes Equipment investieren möchte. Ich will professionell arbeiten, ich will richtig gute Ergebnisse für meine Kunden abliefern. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass man da dann irgendwie nicht spart und dann sich ärgert irgendwie über einen langsamen Computer oder einfach wissen nicht hat, was man sich vielleicht leicht aneignen könnte. Ja, und der letzte Punkt, den ich im Bereich The Good noch habe, ist dieses grundsätzliche Gefühl der Leichtigkeit und der Unbeschwertheit. Ich will dazu eben auch sagen, dass natürlich nicht alles gut gelaufen ist und manche Sachen habe ich vielleicht so ein bisschen zu naiv gesehen. Aber solange man gut informiert an Entscheidungen rangeht, finde ich, darf man sozusagen einfach machen und das ganze Thema mit Leichtigkeit einfach angehen. Und genau dieses Lehrgeld, was man dann möglicherweise für manche Situationen zahlt, das zahlt man einmal, weil dann hat man die Erfahrung gemacht und macht es eben dann nicht mehr. Ich habe in Bezug auf Selbstständigkeit von so vielen Menschen gehört, dass sie sich nicht trauen und dass sie Angst haben vor dem Finanzamt und dass sie Angst haben, was falsch zu machen und so weiter und so fort. Und das finde ich dann einfach so schade, wenn Menschen sich so aufhalten lassen von so einer Angst, weil wenn man sich gut informiert und wenn man dann einfach losschwimmt, dann kann das klappen. Und ich bin an irgendeinem Punkt, bin ich dann auch ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe es gemacht, ich bin losgeschwommen und es hat alles wunderbar geklappt. Und ja, man darf da einfach ausprobieren und an das ganze Thema mit einer gewissen Leichtigkeit rangehen. Also das ist für mich tatsächlich echt gut gelaufen. Da schaue ich total gerne auf mein erstes Jahr der Selbstständigkeit zurück und ja, ich hoffe, dass ich dir das so ein bisschen auch mitgeben kann. Das waren jetzt alles die guten Sachen. Natürlich ist nicht alles gut gelaufen. Deswegen kommen wir jetzt mal so zum The Bad, was ich gelernt habe, was nicht so gut gelaufen ist und was ich irgendwie dann anders gemacht habe oder anders machen würde. Der erste Punkt ist tatsächlich das Thema Steuern. Dieses Thema bin ich vielleicht ein bisschen zu naiv oder mit ein bisschen zu viel Leichtigkeit angegangen. Ich habe tatsächlich meine ersten drei Umsatzsteuervoranmeldungen, die ich vierteljährlich abgeben muss, habe ich tatsächlich nicht richtig abgegeben. Mir ist es dann aufgefallen und ich habe es nochmal berichtigt abgegeben, was alles überhaupt kein Problem war. Aber trotzdem nervt es einfach, wenn man merkt, oh Gott, ich habe schon wieder was falsch gemacht, da muss man es nochmal ändern, da muss man es nochmal abgeben. Und natürlich ist dann da schon so ein bisschen der Respekt vorm Finanzamt da. Und ja, da lief es tatsächlich nicht ganz so rund. Ich habe, wie gesagt, das alles gelernt. Ich habe auch alles wieder berichtigt abgegeben. Aber ja, das ist so eine Sache, wo ich wirklich so dazugelernt habe. Ich habe mir auch so notiert, okay, hätte ich mir jetzt irgendwie einen Steuerberater davor geholt oder hätte ich einen Steuerberater kontaktiert und ihm meine Fragen gestellt. Letztlich, vielleicht kennt ihr das, kommen so Fragen oder so Holpersteine dann eigentlich auch erst, wenn man es dann wirklich macht. So, am Anfang fängt man an und denkt so, nö, ich habe gar keine Fragen, alles klar. Und wenn man dann aber so mal den ersten Spezialfall hat und dann das und das und das, dann merkt man, ach so, ja, ups, da sind ja doch so ein paar Fragen, die ich habe. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so der eine oder der andere, wenn man jetzt schon am Anfang so ein paar Fragen hat, dass man einfach nochmal einen Steuerberater fragt oder direkt beim Finanzamt. Wie gesagt, ich habe für die wichtigen Fragen, die ich damals hatte, habe ich das Finanzamt kontaktiert. Ein paar Sachen sind dann trotzdem aufgekommen. Ich habe dann sozusagen nochmal diese Korrekturschleife dann über Elster gedreht, was alles gepasst hat. Aber da hatte ich einfach schon so ein paar Aha-Momente. In dem Zusammenhang habe ich noch einen ganz konkreten Tipp für euch. Ich habe am Anfang mit dem Finanzamt und auch mit der Agentur für Arbeit, als ich noch arbeitslos war, immer relativ viel telefoniert, was mir auch mega geholfen hat, weil ich dann einfach gleich einen Ansprechpartner hatte und er hat mir das alles dann wirklich erklärt und ich konnte nachfragen und so weiter und so fort. Aber, wenn man dann wirklich mal einen Bescheid braucht oder eine Auskunft oder irgendwas, wovor man glaubt, dass man es dann am Ende nochmal brauchen könnte, dann habe ich jetzt einfach gelernt, dass man es sich dann tatsächlich schriftlich geben lässt, um dann auch wirklich alles schwarz auf weiß zu haben. Das war für mich einfach so ein Learning, dass man eben in Institutionen und Behörden und so, dass es dann schon Sinn macht, das alles schriftlich in einem Ordner zu haben. Der ganze Bereich Buchhaltung macht mir jetzt mittlerweile wieder Spaß, war aber für eine kurze Zeit wirklich so ein bisschen pain in the ass. Ich hatte zwar schon relativ schnell ein Tool dafür und habe auch ganz gewissenhaft meine Excel-Tabellen geführt, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass meine Excel-Tabellen nicht ganz so sauber sind, wie sie hätten sein sollen und gerade wenn es dann eben um die Steuer geht, ist es einfach schon super wichtig, dass man eine saubere Buchhaltung, eine saubere Dokumentation hat und da war es dann für mich einfach so kurz mal so ein bisschen ätzend, wenn man dann merkt, boah, ich musste einfach echt nochmal richtig viel nacharbeiten, weil es einfach nicht klar ist und ja, also da habe ich einfach gemerkt, okay, ich muss doch noch ein bisschen umfangreicher, ein bisschen gründlicher dieses Thema angehen und dieses meine Buchhaltung eben führen und was ich aber gelernt habe, ist, dass ich dann direkt einen Kurs gemacht habe bei der Münchner Volkshochschule und da habe ich das einfach nochmal gelernt und alles nochmal vertieft und jetzt bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ich habe jetzt auch mein Tool gewechselt. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auf einem guten Weg, aber das war am Anfang so, es lief eigentlich so ganz gut und dann habe ich gemerkt, oh, es läuft irgendwie doch, es läuft gerade irgendwie doch nicht so gut, da musste ich echt einiges ändern und jetzt läuft es wieder gut, aber wie gesagt, das war auf jeden Fall auch so ein Aha-Moment beziehungsweise ein ziemlicher Lernprozess. Zwei Punkte habe ich jetzt noch in diesem Bereich und zwar ein Punkt bezieht sich auf die Kunden. Ich hatte, muss ich wirklich sagen, eigentlich nur coole Kunden, also es hat eigentlich alles total gut gepasst, aber trotzdem hatte ich manchmal so ein paar unangenehme Situationen oder, ja, irgendwie Verhandlungen waren nicht so gut, Missverständnisse, also an so einer Kooperation sind ja ganz viele Faktoren beteiligt, also erstmal die Vergütung, die Kommunikation, dann wie wird kommuniziert, wie läuft das alles, wo liegt die Verantwortung und so weiter und so fort, also so, so viel und da habe ich einfach wirklich nochmal für mich gemerkt, okay, was ist mir wichtig, worauf lege ich wirklich Wert? Das war für mich auch nochmal, ja, einfach ein guter Lernprozess, wo man auch wieder merkt, okay, es ist einfach das erste Jahr der Selbstständigkeit, man lernt einfach so, so viel dazu und ich habe in dem Zusammenhang dann eben auch so ein kleines Tagebuch angefangen, wo ich teilweise reingeschrieben habe, welche Zusammenarbeit gut läuft und warum sie gut läuft und warum ich mir sowas mehr wünsche und wann eine Zusammenarbeit vielleicht im Nachhinein vielleicht nicht so gut gelaufen ist, warum es nicht so gut gelaufen ist und genau, was ich mir dann halt einfach nicht mehr wünsche oder wie ich es in Zukunft anders machen würde. Der letzte Punkt, der nicht so gut gelaufen ist, war Anfang dieses Jahres, da muss ich sagen, dass ich tatsächlich so ein bisschen meinen Fokus verloren habe und damit irgendwie auch so meine Leichtigkeit und es hat sich wirklich alles, alles, alles nach sehr viel Müssen angefühlt. Ich habe vielleicht mich einfach so ein bisschen mit anderen verglichen, war vielleicht sehr viel auf Social Media, habe mich mit anderen Selbstständigen verglichen, ich weiß es nicht, aber ich hatte dann so diese Idee, okay, ich brauche jetzt wirklich eine ganz konkrete Strategie und wollte dann da so krass was erarbeiten und so weiter und so fort und das hat sich aber alles einfach sehr, sehr gezwungen angefühlt und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, Julia, du musst das ganze Thema nach wie vor einfach mit Leichtigkeit und Fokus angehen und so wie es gerade läuft, passt ja alles. Also das, was mir wichtig ist, das ist sozusagen alles abgedeckt und alles andere darf sich ja noch entwickeln. Also so eine Selbstständigkeit geht ja über mehrere Jahre hinweg und man kann nicht gleich immer alles aufsetzen und umsetzen, sondern das entwickelt sich alles, bei manchen Sachen muss man Geduld haben, bei manchen Sachen muss man reinwachsen und da habe ich mir einfach so ein bisschen den Druck selbst rausgenommen und bin jetzt wieder einfach mit mehr Leichtigkeit am Start und es macht mir auch einfach wieder viel, viel mehr Spaß und alles andere darf sich entwickeln und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dieses Jahr dann noch so bringt. Okay, und dann letzter Punkt, The Acclaim, das war tatsächlich eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat und zwar bin ich so in meiner Selbstständigkeit tatsächlich so ein bisschen einsam geworden. Also ich habe zum Beispiel auch Freundinnen, die selbstständig sind und bin mit denen auch im Austausch, aber trotzdem bin ich so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahr, diesen Jahres tatsächlich so ein bisschen im Homeoffice versackt und mir hat wirklich dieser zwischenmenschliche Kontakt gefehlt. Was ich ziemlich witzig finde, weil ich am Anfang meiner Selbstständigkeit noch total happy war, dass ich jetzt nicht mehr so viele Meetings habe und dass ich jetzt so richtig effizient arbeiten kann, aber ich habe jetzt einfach realisiert, dass man unmöglich acht Stunden am Tag nur rödeln, 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 rödeln kann, sondern dass für mich einfach dieser, ja, dieser Austausch mit anderen total wichtig ist und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass es mir so wichtig ist oder dass mir Kollegen und Kolleginnen irgendwann mal so fehlen könnten. Und ich habe mich dann im März in einen Coworking Space eingebucht, eingemietet und bin da jetzt einfach total happy. Ich radel da morgens hin, ich habe frische Luft, ich habe Bewegung, ich habe da dann einen Tapetenwechsel und ich habe das Gefühl, dass ich da einfach viel, viel produktiver arbeiten kann, während ich hier irgendwie im Homeoffice zwar eine sehr lange Zeit auch produktiv sein konnte, aber irgendwie hat es dann echt so ein bisschen nachgelassen. Ich habe angefangen so zu prokrastinieren und bin unzufrieden geworden und ich glaube, dass mir das jetzt persönlich wirklich, wirklich gut getan hat, aber ja, da bin ich dann fast kurz mal in meiner Selbstständigkeit schon so ein bisschen vereinsam, aber ist jetzt wieder alles gut und ja, ich bin happy. Okay, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen unglücklich, dass ich jetzt mit diesem Schlechten aufhöre, aber deswegen möchte ich euch nochmal an ganz den Anfang erinnern, an diese Leichtigkeit und diese, ja, dieses Gefühl von einfach machen, einfach mal ins kalte Wasser reinhüpfen. Es wird mindestens lauwarm sein, vielleicht auch ein bisschen kälter, aber ihr werdet losschwimmen, es wird alles gut, meiner Meinung nach und bedenkt auch immer, dass es so viele Ressourcen gibt, es gibt so viele Tools, es gibt so viele Menschen, die euch helfen können, die euch unterstützen können, also greift auf diese Ressourcen zurück, habt da gar keine Angst davor oder Scheu davor und ich glaube, das war's, ich glaube, das Video ist jetzt mega lang. Wenn ihr jetzt gerade am Gründen seid oder euch selbstständig macht, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg dabei, you can do it und ja, danke, dass ihr dabei wart. Ach ja, letzter Hinweis noch, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte gebt ihm ein Like oder kommentiert oder abonniert vielleicht sogar diesen Kanal, das würde mir auf jeden Fall total helfen, meine Arbeit hier auf YouTube und genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wieder, wie gesagt, viel Erfolg beim Gründen und bis bald, ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal, 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 Untertitelung. BR 2018